Meist hat Leute, ich bin's der Sascha und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Heute geht es um die meistverkauften Spiele und Apps im Oculus Quest Store im ersten Halbjahr 2020. Meine Zuschauer wissen natürlich, dass ich jeden Samstag in News & Talk die wöchentlichen Shards zeige von der Oculus Quest und ich habe diese jetzt genommen und habe die alle mal zusammengerechnet für das erste Halbjahr. Ich habe folgende Formel benutzt, um das Ganze ein bisschen auszurechnen. Die Spiele, die auf Platz 1 gelegen haben in der Woche, haben 10 Punkte bekommen. Die, die auf den zweiten Platz gelangen sind, haben 9 Punkte bekommen und so weiter bis zum zehnten Platz. Der hat dann 1 Punkt bekommen. Das habe ich für jede Woche gemacht und jetzt haben wir ja Jahreshälfte. Wir haben Ende Juni und deswegen jetzt die Halbjahres-Shards. Ich schaue jetzt mit euch darüber, welche Spiele sich wirklich am besten verkauft haben, von den alten und auch von den neuen Titeln. Und Ende des Jahres, also praktisch im Januar 2021, werde ich dann die zweite Hälfte zeigen und das Ganze dann final auch als Top 10 2020 zeigen. Das ist ein neues Format von mir. Ich hoffe, das kommt bei euch an. Es geht jetzt um 40 Titel. Also 40 Titel haben es geschafft, in der ersten Jahreshälfte in die Oculus Quest-Shards zu kommen und die gehe ich jetzt mit euch durch. Ich fange jetzt direkt an mit Platz 24 und das hat einen ganzen Punkt bekommen. Es ist einmal auf Platz 10 gelandet. Das ist MUSE, A Frozen Tale. Ja, das Ding habe ich damals schon abgestraft. Es kostet 2,99. Ihr seht, es hat 83 Bewertungen. Es hat noch niemals die drei Sterne ganz geknackt. Also in meinen Augen muss das Ding umsonst sein. Das hat mich total enttäuscht. Kauft euch das bitte nicht. Das ist ein kleiner Disney-Film und wenn ihr den Film dazu gar nicht kennt, dann sagt euch diese ganze App gar nichts und es ist auch optisch nicht der Kracher. Ich gehe direkt zum nächsten. Auch hier nochmal Platz 24. Auch nur ein Punkt. Endspace. Endspace war glaube ich einmal im Sale, deswegen ist es wahrscheinlich einmal wieder in die Top 10 gerutscht. Ja, es ist der einzige Space Sim Simulator, sag ich mal, auf der Oculus Quest. Optisch geht das gerade noch in Ordnung, was das Dingen kann. Nur es kommt echt kein Fluggefühl auf und darum wurde da wirklich sehr viel, ja sehr viele Chancen wurden da vertan, weil solche Sims sind natürlich gefragt. Aber leider hat Endspace nicht das gebracht, was man erwartet hat. Dann gehen wir schon weiter auf Platz 23 mit zwei Punkten Wanda. Wanda ist schon seit dem Release der Oculus Quest erhältlich und kommt auf 555 Bewertungen, hat fast vier Sterne geknackt und für einen Zehner macht man da eigentlich auch nichts falsch. Es gibt leider kein Google Earth auf der Oculus Quest, deswegen muss immer Wanda herhalten. Ich die Aufnahmen sind klasse, die sind gestochen scharf. Kann ich eigentlich echt empfehlen. Und schade, dass es nur zweimal in die Top 10 gekommen ist. Oder einmal auf Platz 9. Ich weiß es nicht mehr genau. Also so genau habe ich es jetzt nicht auseinander gedröselt. Aber in der Halbjahreschart ist es auf Platz 23. Auf Platz 22 mit drei Punkten und da bin ich mir ziemlich sicher, das war zweimal in den Charts. Einmal Platz 10, einmal Platz 9. Vader Immortal Episode 2 mit 3125 Bewertungen und knapp über vier Sterne. Ja der zweite Teil ist in meinen Augen der schwächste Teil der Trilogie. habe ich einmal durchgedaddelt. Auch das Dojo hat mich da damals nicht abgeholt. Ich weiß nicht, da wollte man ein bisschen mehr machen, aber irgendwie hat das alles nicht so ganz funktioniert mit diesen Machtgriffen. Das war ein bisschen hakelig, fand ich. Und deswegen ist Vader auch so weit hinten abgeschlagen. Auf Platz 22 haben wir einen neueren Titel, der auch dieses Jahr erst erschienen ist. Doctor Who auch nur mit drei Punkten. Ja, das Ding war auch sehr, sehr erwartet. Ich habe auch nur ein Video gemacht, lag aber auch bei mir daran, dass es a. ziemlich gruselig ist und b. ich mit Doctor Who eigentlich nichts anfangen konnte. Ja, ich glaube das Ding ist voll nicht daran Erwartungen geblieben, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss aber auch fairerweise sagen, das Ding ist Cross-Buy-fähig und es ist sehr oft im Rift-Store im Angebot. Und dass ja wahrscheinlich auch viele gesagt haben, hey ich kaufe das Ding dann im Rift-Store, es ist ja dann günstiger. Es kommt gerade mal knapp über drei Sterne bei 309 Bewertungen, es ist auch nicht viel, dafür dass das Ding so heiß erwartet war. Ich glaube unter Doctor Who-Fans genießt es noch einen guten Ruf, aber für alle anderen ist das eigentlich nicht wirklich was. Dann ebenfalls auf Platz 22 gelangen, auch mit drei Punkten, auch sehr, sehr enttäuschend, The Climb. Ja, The Climb, das war auch ganz heiß erwartet von euch, auch von mir. Ich hatte sogar damals erst noch schnell die Rift-Version gekauft, weil ich in der Hoffnung hatte, dass es Cross-Buy ist. Ja, es war Cross-Buy, es kostete damals noch 40 Euro auf der Rift und dann wurde es direkt auf 29,99 für beide Systeme angepasst. Es ist cool auf jeden Fall, also die Umsetzung ist richtig toll gelungen von der Rift auf die Quest, sicherlich mit grafischen Abstrichen. Aber die tun dem Ganzen echt keinen Abbruch. Das Einzige, was ich da echt vermisst habe, das war so die Höhe. Also ich hatte keine Höhenangst darum, ich habe nie wackelige Knie gekriegt. Und wenn man sich ja immer an diesem Seil festgehalten hat, um sich so zu ziehen, dann soll das immer so, als würde ich den Berg bewegen. Also, dass ich praktisch stehe und der Berg geht vor mir immer so hoch und runter. Ich weiß noch damals, als es erschienen ist, es war ein ganz schöner Hype. Viele waren begeistert, aber es hat dann nie wieder den Sprung in die Top Ten geschafft. Es war auch nie im Sale. Also eigentlich ein bisschen schade. Also es hätte eigentlich ein bisschen höher angesiedelt sein müssen, aber es hat die Erwartung dann leider nicht erfüllt. Auf Platz 21, ein alter Bekannter mit vier Punkten, der war glaube ich zweimal in den Top Ten mit drin, Robbery Call. Ja, das Ding wird gerne gekauft, wenn es im Sale ist. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Die Umsetzung ist praktisch wie auf PC VR, natürlich grafisch drastisch reduziert, muss man schon sagen. Aber es macht Laune. Es hat die 5 Sterne nicht ganz geknackt. Ich sage mal 4,6 bei 2.568 Bewertungen. Ist ein Dauerbrenner eigentlich. Und ich glaube jeder Quest-Besitzer, der so ein bisschen ballern will, der hat das Ding. Also ich kann es eigentlich empfehlen. 30 Euro geht gerade noch so okay, sage ich mal. Es ist aber sehr viel Level-Recycling. Man muss das immer und immer wieder spielen. Immer das Gleiche, um alles freizuschalten. Aber ich habe das Ding komplett auf meinem Kanal. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr möchtet. Da habe ich es durchgespielt. Ja, dann eine ganz große Überraschung auf Platz 20. Mini Motor Racing X. Ja, tatsächlich. Es hat nur 5 Punkte. Ich habe extra meine Charts nochmal durchgeschaut, ob ich es irgendwo einmal übersehen habe. Ob es nicht einmal doch auf Platz 1, 2 oder so besprungen ist. Nein, ist es nicht, Leute. Das hat mich sehr, sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Ding ist ein Kracher. Das ist ein Hammer. Das ist für mich mit das Spiel dieses Jahr. Das ist optisch absolut ein Brett auf der Quest, muss ich sagen. Es spielt sich flüssig. Ich habe alle möglichen Perspektiven bei diesem Spiel. Ich kann im Cockpit sitzen. Ich kann es mir Top-Down anschauen. Es ist einfach ein Kracher. Der Kurs ist völlig in Ordnung mit 24,99. Also das wundert mich ehrlich, dass es das nur auf Platz 20 geschafft hat. Ja, dann auf Platz 20 ebenfalls mit 5 Punkten Fail Factory. Also wenn man das jetzt vergleicht, also das Mini Motor Racing X praktisch auf demselben Platz ist, wundert mich das ein bisschen. Allein das Fail Factory auch nur ein 5er kostet. Gut, es wird vielleicht öfters gekauft. Aber ich glaube, die meistverkauftesten Sachen bei Oculus, ich weiß nicht, ob das nach dem Preis geht. Das kann ich jetzt echt nicht sagen. Aber auch Fail Factory, dieses Minispiel, hat es geschafft. In die Top 20 praktisch. Es ist okay. Es ist für Kids. Ich habe ein Video gemacht. Also es hat mich jetzt nicht so super abgeholt. Ist mir auch nicht in Erinnerung geblieben eigentlich. Werde ich auch wahrscheinlich kein zweites Mal spielen. Aber es ist sauber umgesetzt. Kann man reinschauen. Für den Kurs macht man da eigentlich echt nichts falsch. Ja, jetzt haben wir natürlich eine Kontroverse hier mit Platz 19. Phantom Cover Ups ganz frisch erschienen. Jetzt sagt ihr 6 Punkte, das gibt es doch gar nicht. Ja, das Spiel wird in den nächsten Charts, wie ich wieder aufnehmen werde, am nächsten Samstag, natürlich nochmal Punkte generieren. Sagen wir mal, es rutscht jetzt auf Platz 1, dann hätte es 16 Punkte gehabt, wäre natürlich jetzt im Ranking höher. Aber da das ja Halbjahre-Charts sind, muss ich ja irgendwo einen Break machen. Und der Break ist jetzt und Phantom Cover Ups ist halt vor dem Break erschienen und nimmt die Punkte dann natürlich mit, die es jetzt noch generiert, für die nächsten Halbjahre-Charts. Und wie gesagt, wenn wir die Jahre-Charts machen Ende des Jahres, dann summieren sich eh alle Punkte und dann sehen wir, wo Phantom Cover Ups dieses Jahr letztendlich wirklich gelandet ist. Es ist ein super Titel, es macht mir unheimlich Spaß, muss ich sagen. Es ist wirklich ein AAA-Titel auf der Quest, muss man sagen. Der Kurs geht in Ordnung. Das Einzige, was mir jetzt mal beim zweiten Display so ein bisschen aufgefallen ist, also mit dem Schleichen, also wenn ich wirklich nicht in diese Lichtkegel fahre, dann erkennen die mich auch nicht. Also ich kann praktisch theoretisch hinter einem feindlichen Boot hinterher schiebern. Solange da kein Lichtkegel vor mir auftaucht, entdecken die mich auch nicht. Also es ist relativ simpel, sage ich mal, aber das tut der ganzen Atmosphäre echt keinen Abbruch. Ich kann das Ding bedenkenlos empfehlen. Ja und ich bin auch Samstag gespannt, wenn ich wieder News & Talk mache, wo das Ding landet. Dann auf Platz 19 mit 6 Punkten Colorspace. Colorspace ist richtig cool, das fand ich auch gar nicht schlecht. Das hat mich echt positiv überrascht. Ich habe gedacht, hey, ein Malbuch in VR geht das? Was ist das für Kinder? Das ist technisch echt brillant umgesetzt. Das ist alles knackscharf. Es macht Spaß. Je mehr ich male, umso mehr fühlt sich diese Welt mit Leben. Und echt klasse gemacht. Es gibt glaube ich auch, ja, Another World, habe ich auch in dem Bild drin. Update. Es gibt mittlerweile ein neues Bild, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber für Kids und für Leute, die so mit Motion Sickness erstmal ein bisschen üben müssen. Tolles Ding. Kleines Geld. 9,99 Euro. 4,5 Sterne. Das passt. Auf Platz 18 mit 7 Punkten Ghost Giant. Ja, was soll ich sagen? Ghost Giant ist echt nicht schlecht. Ist optisch, ich sage mal 4 von 5. Das ist okay. Die Story hat mich zum Schluss gar nicht mehr so ganz abgeholt. Also es war ein bisschen unverständlich. Ich habe das Ende nicht so ganz verstanden. Es ist gut. Es ist okay. Es ist relativ kurz. Es ist ganz knuffig gemacht. Aber das bleibt einem nicht ganz so im Gehirn hängen, muss ich sagen. Also so ein Vierer-Titel für mich. Es hat 4 Sterne und ja, 0,3 würde ich sagen. Es ist okay. Aber ich finde es für 25 Euro und einen Tacken zu teuer, weil es echt relativ kurz ist. Dann auf Platz 17 auch wieder ein neues Spiel. Erst vor kurzem erschien mit 8 Punkten. Pixel RIP 95 habe ich leider noch nicht weiter gespielt. Kommt auf knapp 500 Bewertungen mit fast 5 Sternen. Sagen wir mal 4,8, 4,9 für 20 Euro. Macht dir gar nichts falsch. Ein Top-Ding verdient. Auf Platz 17 ist auch technisch super umgesetzt. Das Ding muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht sauber aus. Das würde ich schon als Triple-A-Titel mit durchgehen lassen für die Quest. Guckt euch das an. Das ist so ein Spiel im Spiel, wo ihr dann als Kind praktisch Videospiele aus den 90er Jahren auf dem Fernseher spielt. Echt toll gemacht. Echt super. Und ihr müsst dann trotzdem mit der Umgebung interagieren. Richtig toll. So. Fisherman's Tale auf Platz 17 mit 8 Punkten. Auch das Ding ist riesig. Hat sagen wir mal 4,8, 4,7 Sterne. Und 879 Bewertungen. Hat die 1000 leider nicht geknackt dieses Jahr. 15 Euro. Da tun sich immer viele schwer bei den 15 Euro. Es ist super. Es ist auch die 15 Euro wert. Aber ich sag mal für ein 10er hat sich das Ding besser verkauft. Auf jeden Fall. Weil es ist relativ kurz. Oder sogar sehr kurz. Und der Wiederspielwert ist leider echt gar nicht gegeben, wenn man es einmal durch hat. Aber durch diese Perspektiven, dass man einmal alles hier nochmal in groß sieht. Es spiegelt sich ja alles. Oder nochmal alles in klein sieht. Das ist schon toll. Das habe ich woanders auch noch gar nicht gesehen. Super Rätselspiel. Also wer es noch nicht hat, kauft euch das auf jeden Fall. Auf Platz 16 ein älteres Spiel. Red Matter geht immer. Ist öfters jetzt auch im Sale. Wahrscheinlich deswegen auch in den Top Tens wieder aufgetaucht. Mit 9 Punkten. Ja, 25 Euro. Das ist schon knackig für das Ding. Aber die Atmosphäre macht das Ding echt wett. Das Einzige, was hier wirklich fehlt, sind deutsche Untertitel. Das ist alles in Englisch. Das ist ein bisschen schwer. Deswegen tun sich da auch viele relativ schwer. Und sagen, nee, dann kaufe ich es nicht. Dann verstehe ich es nicht. Ich habe da auch nicht alles verstanden von der Story, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich habe das Spiel beenden können. Ich habe alles verstanden. Die Rätsel sind von Error und Try sehr leicht bis sehr knackig. Da ist eigentlich alles drin. Auch knapp fast 5 Sterne bei fast 2000 Bewertungen. Also wer das Ding noch nicht hat, kauft euch das. Das ist Atmosphäre pur und optisch einer mit der besten Titel auf der Quest. Dann noch ein neuer Zugang. Premium Bowling. Wir haben hier auf Platz 16 auch 9 Punkte. Das Ding hat es mir damals nicht leicht gemacht. Es gibt mittlerweile ein Update dafür. Ich wollte da eigentlich vor euch reingeschaut haben. Habe ich noch nicht geschafft. Nämlich die Optik wurde verbessert. Die Kanten wurden geschärft. Es soll nicht mehr flimmern. Wurde mir gesagt, ich werde da vielleicht echt nochmal reinschauen. Und mal ein zweites Video machen, um das Ganze ein bisschen richtig zu stellen. Das ist eine super tolle Bowling Simulation, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Feeling war cool zum Bowlen. Nur man hat hinten die Pins halt nicht gesehen. Und die Kanten waren sehr am flimmern. Es war sehr unscharf. Und das soll ja mittlerweile behoben sein. Und wenn das dann wirklich so der Fall ist, dass es dann so ist, wie ich es mir jetzt optisch vorstelle, dann hat das Ding in meinen Augen sogar 5 Sterne verdient. Das liegt derzeit bei 4 Sterne. Das kann natürlich auch sein, weil ich habe damals auch nur 4 Sterne gegeben. Dass dann viele beim ersten Kauf direkt bewertet haben und haben ihre Bewertung nicht mehr angepasst. 20 Euro geht für das Ding, sage ich mal noch so, gerade in Ordnung. Ist okay das Ding. Also wir haben eh nicht so viele Bowling- oder Kegelsimulationen auf der Offen des Quest, außer Sports Scramble. Und da hat das Ding schon seine Daseinsberichtigung und ist auch in Ordnung. Ist leider nicht Cross-Buy. Das finde ich noch ein bisschen schade, weil ich hätte es mir gerne mal auf der Rift angeschaut. Aber dann müsste ich es mir jetzt nochmal kaufen. Ja, noch ein Klassiker. I expect you to die. Auch auf Platz 16, auch mit 9 Punkten. War 2, 3, 4 Mal in den Top 10 vertreten. Ich glaube, es war dann auch wieder durch ein Sale. Das Ding ist der Kracher. Es hat ja auch fast 5 Sterne bei über 2000 Bewertungen. Ist nicht umsonst ein Klassiker. Optisch ist das echt ein Kracher. Leider auch hier alles wieder in Englisch. Auch da tun sich ja wieder einige dann, Nein, verstehe ich die Rätsel nicht. Ihr versteht die. Also so schwer sind sie dann nicht. Ich hatte jetzt eine Mission, da musste man auch ein bisschen zuhören. Also das Englische auch ein bisschen verstehen. Aber ansonsten sind die Rätsel schon relativ selbsterklärend. Oder man kommt dann auch irgendwann da drauf. Klar, der Wiederspielwert ist auch hier gleich 0, wenn ich einmal durch bin. Aber da sind so viele Details zu finden. So viele Easter Eggs. Das ist richtig toll gemacht. Also so fühlt man sich wirklich als James Bond. Kann ich auch gnadenlos empfehlen. Platz 15. Life's Beneath hat 11 Punkte eingeheim. So einen Schad. Ja, das Ding ist irgendwie, ja es war so heiß erwartet. Alle haben drauf gefiebert und dann ist es erschienen. Was soll ich sagen? Also gut, es ist Horror, deswegen ist es ja nicht meins. Es ist gut, es ist okay. Die Atmosphäre ist cool. Aber irgendwie in meinen Augen fehlt dem Ding in so einer Kleinigkeit. Ist mit 30 Euro arg teuer, muss ich sagen. Also was heißt teuer? Also es ist viel Geld. Aber es hat trotzdem fast 5 Sterne. Aber es hat sich oben nicht festfressen können. Also es hat sich nicht so ganz etabliert, muss ich sagen. Schwerer Titel. Wer auf Horror steht und ein bisschen auf so Comic-Look und Story, der kann da echt zuschlagen. Aber wie gesagt, Horror ist ja nicht ganz so meins. Und deswegen habe ich es auch nicht weiter gespielt. Aber es ist technisch auch sauber und es macht schon Laune. Auf jeden Fall. Ja, auf Platz 15 meine persönliche Nummer 1. Auch mit 11 Punkten. Audica. Ja, leider auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Hat auch nicht viele abgeholt. Leider. Ich finde es Hammer. Ich finde es gnadenlos. Sicherlich 30 Euro ist da auch wieder sehr viel Geld. Aber die Rhythmus-Spiele kosten ja meist so den Dreh. Die großen 4,5 Sterne. Das Problem ist einfach bei Audica. Viele fangen auf leicht an. Finden es dann langweilig. Dann ist es auch langweilig. Und selbst der nächste, der normale Modus. Ich glaube so heißt er. Ist dann auch noch relativ einfach. Und dann kommt auch noch nicht so ein Flow auf. Aber dann, der dritte Modus. Der bockt richtig. Aber der wird dann auch sofort schon bockschwer. Wo dann die Leute, die direkt dann auch verkacken. Und sagen, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr. Vielleicht ist es zu schwer. Also so ein Mittelding dazwischen fehlt irgendwie. Aber wenn man dann wirklich auf den dritten Schwierigkeitsgrad kommt. Dann rockt das Ding richtig. Ehrlich Leute. Das kann ich euch. Das verspreche ich euch. Ehrlich. Das ist mega. Ich liebe dieses Ding. Wenn man so den Beat dazu findet mit den Pistolen. So das ist echt der Kracher. Gut. Dann haben wir auf Platz 14 mit 12 Punkten. Walls of the Wizard. Und Walls of the Wizard hat natürlich vom Handtracking-Update profitiert. Das habe ich auch immer in meinen News & Talk erzählt. Weil Walls of the Wizard ist eh schon so ein Titel, der bekannt ist. Und ja, da haben alle damals schon geschrien Handtracking, Handtracking. Und dann kam es ja. Und alle wollten Walls of the Wizard wieder ausprobieren. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich möchte ganz ehrlich gestehen. Ich habe alle Handtracking-Spiele, soweit die erschienen sind, im Oculus Quest Store ausprobiert. Nur noch nicht Walls of the Wizard. Das schulde ich euch noch. Vielleicht mache ich das irgendwann noch mal. Ich weiß es nicht. Ja, das Ding selber war ja so ein Experiment eigentlich. Damals ist dann irgendwann als Spiel herausgekommen. Man musste ja so viele Sachen mischen und dann Portale öffnen in komische Welten und so weiter. Ich fand das alles ziemlich verwirrend. Es ist nicht schlecht. Es sieht gut aus. Aber es hat mich persönlich nicht ganz so abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für einen Zehner macht man da gar nichts falsch. Es hat auch 4,5 Sterne. Fast. 4,4 und wer auf so ein bisschen skurrile Sachen steht, ein bisschen Handtracking ausprobieren will, kauft euch das Ding, macht ihr nichts falsch. Auf jeden Fall. Ihr könnt da einiges entdecken. Ihr müsst auch so ein bisschen das Gehirn anstrengen, um diese ganzen Zaubersprüche rauszufinden. Das ist schon gut gemacht. Auf jeden Fall. So, noch ein ganz alter, bekannter Space Pirate Trainer auf Platz 14 mit 12 Punkten. Ja, es kostet 15 Euro. Das finde ich auch okay für das Ding. Er hat knapp über 2000 Bewertungen, nicht ganz die 5 Sterne geknackt. Das ist ja so ein Arcade-Shooter, der richtig fluffig geht, richtig toll. Der sieht auch gut aus auf der Quest. Der geht immer. Das ist so ein Feierabendspiel. Ich daddle noch eine halbe Stunde. Wer es echt noch nicht kennen sollte, kauft euch das. Ist einer mit der beste Arcade-Shooter, den es gibt. Ja, dann ein bisschen überraschend, muss ich sagen, auf Platz 14 mit 12 Punkten O-Shape. Für 19 Euro hat knapp die 4 Sterne geknackt. Und ja, O-Shape, damals als es kam, war es auch so ein kleiner Hype, sag ich mal. Und ich persönlich finde es immer noch gut, obwohl ich es lange nicht mehr gespielt habe, muss ich gestehen. Weil es kombiniert ja einiges. So ein bisschen Box VR ist da drin. So ein ganz leichter Hauch vom Beat selber, sag ich mal. Aber man hat ja keine Schwerter, nur die Hände. Und diese Silhouetten, wo man ja so durchfahren muss. So oder so. Man muss ja dann so, so, so Figuren machen. Und das hebt das Ding so ein bisschen ab. Ich fand den Soundtrack, der passte zu dem Spiel. War zwar nicht meine Musik, aber es passte, wie gesagt, zu dem Spiel. Ist ein cooles Workout. Und ich finde es verdient auf Platz 14. Ehrlich, es ist echt nicht verkehrt. Aber viele mögen es nicht, mit denen ich gesprochen habe. Warum, weiß ich nicht. Aber es hat echt seine Berechtigung. Und es ist okay auf dem Platz. Also ich finde es cool, wer echt mal eine Alternative zu Beat selber Box VR und wie sie alle heißen sucht, guckt da echt rein. Ja, das Ding ist wirklich nicht schlecht. So, dann auf Platz 14. Auch mit 12 Punkten Iron Knight. Ja, das Ding sieht bombastisch aus, muss ich sagen. Das ist ja so ein 1 vs. 1. Multiplayer-Spiel mit Nahkampfwaffen und Schild. Ich bin da im Multiplayer ja untergegangen. Das ist, man muss das üben, Leute. Das ist einfach so, wenn man das nicht übt, 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 hat man da keine Chance im Multiplayer. Und selbst im Singleplayer fand ich es schon relativ schwer. Aber es ist geil in Szene gesetzt, muss ich sagen. Wenn man dann in diese Arena reinfährt mit dieser Plattform, wie so ein Lift. Und der Gegner kommt dann entgegen und dann mit so Lichtkegeln und so. Also es ist schon richtig cool in Szene gesetzt. 20 Euro geht noch so gerade in Ordnung, finde ich. Und auch verdient auf Platz 14. Hat auch knapp die 4 Sterne überschritten. Also wer auf sowas steht, kann da eigentlich zuschlagen. Dann auf Platz 13 mit 13 Punkten ProPud Topgolf. Ja, das Ding wurde auch relativ heiß erwartet. Hat sich dann jetzt auch auf Platz 13 guten Platz geholt, muss ich sagen. Hat über 4,5 Sterne bei 425 Bewertungen. Nur mit 20 Euro finde ich es arg, ja nicht zu teuer. Aber 15 Euro hätten dem Ding besser gestanden auf jeden Fall. Es ist okay, es ist Packen, ja es ist kein großes Golf, aber es ist besser wie Cloudlands. Also Cloudlands geht gar nicht. Und ProPud, wenn man packen will, dann kann man sich das echt holen. Also es hat ein cooles Feeling. Die Steuerung ist sehr gut, also man steht immer richtig zum Ball. Das möchte ich gerne hervorheben. Weil bei Cloudlands bin ich immer erst am Ruhmfummeln gewesen, dass ich wieder richtig am Ball stehe. Und hier steht man immer sofort korrekt am Ball. Richtig tolles Ding. Kleine Minispiele sind mit drin. Und ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine es wäre mittlerweile mit Multiplayer. Oder es war vorher schon mit Multiplayer. Ihr könnt also sogar mit anderen Leuten zusammen golfen. Und echt nicht verkehrt, das Ding. Platz 12. Da haben wir einen Neuansteiger. Traver Save the Universe. Ja, das Ding hat mich ja total auf den falschen Fuß abgeholt, muss ich sagen. Es ist auf Platz 12 mit 14 Punkten, 300 Bewertungen, fast 5 Sterne komplett. Ja, ich bin erst mal gespannt, wo es nächste Woche Samstag ist, ob es nochmal in den Top 10 ist. Ob es wieder Punkte machen kann. Ja, es ist ein Jump'n'Run eigentlich mit einer total abgedrehten Story im Hintergrund. Und es wird viel gelabert. Es sind sehr derbe Sprüche, die da kommen. Also das ist nichts für Kinder, aber das könnt ihr zensieren. Da könnt ihr so einen Haken machen in dem Spiel. Dann wird das Spiel zensiert und die Schimpfwörter fallen alle weg. Ich finde es toll, ganz ehrlich. Es ist technisch, du holst alles echt raus aus der Quest, was geht. Da ist ja nochmal eine kleine Hardware. Das macht Laune mit dem Kollegen, da durch die Gegend zu jumpen. Man steuert diesen Traver ja mit so einem Gamepad. Man selber sitzt in so einem Stuhl, den kann man auch hoch und runter fahren. Dann kann man sich die Welt von oben angucken, damit man den Traver da besser lenken kann. Richtig toll gemacht. Nur die Story, wie gesagt, Leute, die ist total abgedreht. Da müsst ihr echt draufstehen. Und sehr viele Schimpfwörter. Mit 30 Euro natürlich wieder ein Schwergewicht, was das Geld angeht. Aber ich finde, es ist okay. Es funktioniert. Ich meine, es geht 4 bis 5 Stunden, da habe ich gehört. 3, 4, 5 Stunden. Ich werde es auch weiterspielen die Tage. Dann könnt ihr das gerne bei mir weiter auf dem Kanal verfolgen. Hier auf Platz 12 ein älterer Titel mit 14 Punkten. Hochverdient. Ich hätte ihn gerne in den Top 10 gesehen. Thrill of the Fight. Für ein Zehner. Fast 5 Sterne komplett. Fast 3000 Bewertungen. Völlig verdient. Für mich das beste Boxspiel. Für echt so einen minimalen Kurs. Das ist Knaller. Also das Spiel ist ja grafisch nicht der Oberkracher. Ihr steht echt nur vor dem Gegner. Und dann sind so ein paar Figuren um den Boxring. Und dann müsst ihr einfach boxen. Ihr seid die Stamina-Leiste. Nicht die Figur in dem Spiel. Wenn euch die Puste ausgeht, habt ihr das Problem. So einfach ist das. Und wenn ihr da wirklich 3, 4, 5 Runden hintereinander durchboxt, am besten so auf normalen Schwierigkeitsgrad, dann seid ihr anschließend kaputt. Glaubt mir. Holt euch das Ding in. Echt für den Kurs. Das ist echt. Das ist total immersiv. Das ist der Kracher. Das ist mega. Viele haben gesagt, warum kann Handtracking für das Ding. Das habe ich auch damals erzählt. Das Problem ist, Handtracking ist noch zu langsam. Ihr müsst ja schnell boxen. Und wenn ihr mit den Händen zu nah ans Gesicht geht, dann verschwinden die Fäuste. Weil das Handtracking ja nur auf eine gewisse Distanz funktioniert. Aber als Boxspiel absolut verdient auf Platz 12 kaufen. Auf Platz 12 auch ein Neueinsteiger mit 14 Punkten. Da bin ich schon gespannt, wo das Ding Ende des Jahres war. Ne Tetris Effekt. Ich glaube kein Spiel dieses Jahr hat mehr die Questgemeinde gespaltet wie dieses Ding. Ich habe alles gehört von das ist nur Tetris. Das kann ich auch im Gameboy für umsonst. Das kann ich im Internet für umsonst. Die wollen 30 Euro. Was soll das? Das ist nur mit Musik drumherum. Und andere Tetris Fans haben es gefeiert. Ich habe es ja nicht abgestraft in meiner First Impression, muss ich sagen. Aber ich habe auch so in diese Richtung gedacht. Es ist nur Tetris. Es ist 30 Euro. Es ist sehr teuer. Die visuelle Sache ist okay. Aber die haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich habe es irgendwann ohne Kamera weitergespielt, muss ich gestehen. Und ich bin beim letzten Level, den ich derzeit leider nicht schaffe. Der ist sehr knackig. Und da kommen echt noch tolle Welten, muss ich sagen. Also wenn man da erstmal in so einem Flow drin ist, dann bockt das schon. Und das ist schon cool. Man kann da echt gut drin abtauchen. Nur die 30 Euro bleiben natürlich im Raum stehen. Das ist eine Menge Geld. Dafür kriege ich auch andere Titel. Habt ihr gerade gesehen. Ice Benis und so weiter. Ein bisschen weniger hätte es da auch getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die wussten halt um den Hype, um Tetris Effekt, dass sich das Ding verkaufen wird. Das hat 4,8 Sterne, sage ich jetzt mal. 4,7. Und sie haben recht bei Alten. Das ist einfach so. Also wer wirklich Tetris mag, dann kauft euch das. Ganz ehrlich. So auf Platz 12. Auch den sollte man kennen. Moss. Immer zwischendurch im Sale. Dadurch jumpt er immer wieder mit in die Top 10 rein. Muss ich eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich glaube, das kennt mittlerweile jeder. 30 Euro ist eine Menge Geld. Aber dafür kriegt ihr die fluffigste und schönste Geschichte ever in VR. Das ist so toll erzählt, wenn man Quill die Maus da steuert. Es ist komplett deutsch lokalisiert übrigens. Kaufen. Es geht mit dem DLC, der ist übrigens kostenlos. Ich sage mal so 3 bis 5 Stunden, so wie man sich anstellt. Aber das ist echt eine ganz tolle Geschichte, die man da abtauchen kann. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Und das Ding ist echt der Kracher. Leider gibt es von solchen Spielen viel, viel zu wenig. Alle warten auf das zweite Buch von Moss. Es ist in der Entwicklung, habe ich gehört. Nur wann es erscheint, ich kann es euch echt nicht sagen. Ich warte da selber sehnsüchtig drauf. Und wer es noch nicht hat, kaufen. Dann auf Platz 11 mit 16 Punkten. Auch ein alter Bekannter. Geht immer Richies Playing Experience. Wo ich mir gesagt habe, das Ding, das läuft so so weg. Als VR Veteran. Nein, ich bin es nicht weggelaufen. Es ist echt super immersiv, Leute. Also ihr meint wirklich, ihr steht am Hochhaus und habt da so ein Brett vor euch und müsst da laufen. Und sonst fallt ihr runter und man fängt dann zu wackeln. Also echt Kracher, hätte ich nicht gedacht. Problem an der Geschichte ist jetzt, wenn man sich das kauft und man kann es. Also man fährt diesen Aufzug hoch, man sieht die Planke. Man läuft raus. Dann war es das. Dann habt ihr 15 Euro ausgegeben. Und der Kick ist leider nicht da gewesen. Sicherlich kann man das jetzt anderen Leuten zeigen. Kann damit auch lustige Späße machen. Es sind so Minispiele drin, aber selbst die halten euch nicht an die VR Brille. Also wenn ihr den Kick erlebt, dann ist es richtig geil. Dann kann ich es nicht empfehlen. Wenn ihr echt da gar keine Probleme mit habt, dann ist es eigentlich in meinen Augen rausgeschmissen. Gut, auf Platz 10. Jetzt kommen wir in die Top 10 der Halbjahres-Charts und da haben wir The Room in Dark Matter. 19 Punkte hat das Ding eingeheimst und das Ding ist für mich jetzt schon eigentlich das Spiel in der ersten Jahreshälfte auf jeden Fall. Mein Burner-Spiel. Ich habe es geliebt. Es geht, sagen wir mal, 4-5 Stunden, so wie man sie anstellt. 30 Euro, fast 5 Sterne komplett, 2100 Bewertungen. Das Ding hat eigentlich alles richtig gemacht. So geht Escape Room VR. Das sieht Bombe aus. Die Atmosphäre ist Hammer. Also echt super tolles Ding. Wer es noch nicht hat, kauft euch das. Aber ihr werdet annähernd erstmal sowas nicht mehr finden auf der Quiz. Das muss ich euch auch sagen. Kracher Ding. Ich will auch nicht zu viel erzählen. Ich will nicht spoilern. Es hat mich total abgeholt. Das ist für mich echt eins der Highlights dieses Jahr. Ja, dann haben wir ein Ding. Expire 1 VR Operative. 10, auch Platz 10 mit 19 Punkten. Hat 4, irgendwas, bisschen Sterne. 1700 Bewertungen. Kostet auch 30 Euro. Ja, es hat mittlerweile ein Update gegeben. Jetzt soll es richtig gut sein. Ich habe mit dem Update noch nicht reingeschaut. Damals, als es neu rauskam, waren viele Bugs drin. Und da hat es mich auch nicht abgeholt. Also es läuft smooth. Es sieht eigentlich auch relativ gut aus, wenn man durch diese Räume, durch diese Gänge läuft. Das ist auch cool von der Immersion. Nur irgendwie hat mir da was gefehlt. Also es war ein bisschen buggy. Aber wer auf Schleichspiele steht, kann sich das eigentlich auch holen. Es hat eine gute Fan-Community mittlerweile. Und vielleicht schaue ich irgendwann auch mal in das Update. Aber es hat den Sprung in die Top 10 in der ersten Jahreshälfte geschafft. Ja, auf Platz 9 mit 30 Punkten. 11 Table Tennis hat damit ganz klar Racket Fury erstmal weggeschubst. Ich glaube, Racket Fury ist gar nicht einmal in den Charts gewesen. Sonst hätten wir das ja schon gesehen. Ja, ich finde es besser wie Racket Fury. Aber Racket Fury ist auch nicht schlecht. Also ich sage mal, 11 Table Tennis finde ich so ein Quäntchen besser. Im Grunde tun die sich nichts im Kern. Die spielen sich beide hervorragend. Mir gefällt halt das realistische bei 11 Table Tennis, die Umgebung und so. Das ist realistisch. Das ist nicht so ein Future-Kram. Und für 20 Euro ein richtig tolles Tischtennis-Spiel macht ihr komplett absolut nichts falsch. Auf Platz 8 Gun Club VR. Das ist sehr oft in den Top 10 gewesen. Hoch, runter, Ratsch, hat 41 Punkte kassiert. 4,4, 4,5 Sterne, 20 Euro. Mich persönlich hat es nicht abgeholt. Das Waffenhandling ist geil bei dem Ding, gar keine Frage. Aber man schießt nur auf so, wie sage ich mal, auf Pappfiguren und so. Also es gibt keine Story oder so oder Gegner, die auf euch zulaufen. Ihr habt Parcours, so ein Parcours gibt es dann, den ihr natürlich laufen könnt. Es gibt natürlich auch verschiedene Pappgegner, Zombies, Militär und so weiter. Es ist also schon abwechslungsreich. Es gibt zigtausend Waffen. Also es ist nicht in dem Sinne nicht schlecht. Nur mich persönlich hat es halt nicht abgeholt. Platz 7. Pistol Whip. Ja, da habe ich noch damals gesagt, es wird doch nicht so einschlagen. Doch es hat in Platz 7 geschafft mit 64 Punkten in der Halbjahres-Top-Charts. Ja, mich persönlich hat es immer noch nicht abgeholt. Ich finde das Ballern cool, ich finde die Musik cool. Nur ich finde den Rhythmus nicht zum Schießen. Das ist einfach mein Problem. Und ich kriege den Flow auch nicht. Also ich habe es probiert nochmal zwischendurch. Ich kriege es nicht hin. Ich gucke mir auch die Updates mittlerweile nicht mehr. Es kommen ja viele Musiktracks jetzt umsonst für das Ding. Aber es ist einfach nicht mehr meins. Es kostet 22,99. Ist ein bisschen eine krumme Summe. Aber es ist ein gutes Spiel. Und wer da echt so den Flow und den Beat findet zum Schießen, da kann man richtig Punkte machen. Dann bockt das auch richtig. Aber meins ist es leider nicht geworden. Auf Platz 6 haben wir ganz überraschend Vader Immortal Episode 1. Ja, das Ding hat ja eine deutsche Lokalisierung bekommen. Und das war ganz häufig in meinen Top 10. Immer rauf, runter, hoch, runter. Das war sogar einmal auf Platz 2. Und hat 84 Punkte generiert. Es ist knapp über 8.000 Bewertungen. Knapp 8.400. 4,5 Sterne. Ich finde es mega. Ich finde es hammer. So erzählt man Geschichten in VR. Ihr habt ja gesehen am Anfang meiner Charts hier. Da war Vader 2. Das ist mal ganz kurz reingekrochen in die Top 10 damals in den Charts. Und der dritte Teil hat es gar nicht geschafft. Aber Vader 1 ist einfach ein Kracher. Was ich ein bisschen vermisse, ist so ein Bundle. Das ist okay, dass man sagt, komm wir machen jetzt so ein Bundle. Wir holen die alle drei auf einmal raus. Schade eigentlich, hatte ich schon so eine Geburtstagsgeschichte, hatte ich das eigentlich schon vermutet, dass sowas kommt. Aber Oculus lässt euch da zappeln. Und dann werden pro Titel 7,99 fertig. Aber wenn ihr euch das holt, dann holt euch alle drei zusammen. Sonst macht das echt keinen Sinn. Auf Platz 5 auch ein alter Bekannter. Der Job Simulator. 91 Punkte hat er generiert. Ja, er ist eigentlich aus dem Top 10 mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Er macht Laune. Er macht Bock. Und ihr seht, der Vacation Simulator ist gar nicht drin. Er hat es nicht einmal in die Top 10 geschafft. Das sagt eigentlich schon alles. Und es kommt ja ein Update für den Vacation Simulator. Back to the Job. Oder Back to Job. Und warum? Macht ein Update für den Job Simulator. Das Ding verkäuft sich. Ja, seht ihr doch. Und es gibt mir da mal auch einen Untertitel-Update. Habe ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht schaue ich mal rein, wenn das Ganze dann mit Deutsch untertitelt ist. Also Job Simulator, ich finde das echt witzig, das Ding. Sicherlich, Widerspielwert auch nicht ganz so groß. 20 Euro auch. Aber es verkauft sich halt. Der Ding kostet 20 Euro. Ist so. Und es ist kein schlechtes Ding. Auf jeden Fall. Platz 4. Arizona Sunshine mit 92 Punkten. Ja, es wurde so gehasst. Nee, es kostet 40 Euro. Es ist kein Cross. Und ich kaufe es nicht normal. Nee, und es sieht nicht so toll aus wie auf PC VR. Was habe ich alles gelesen? Was habe ich alles gehört? Ja, gekauft hat es dann wahrscheinlich doch jeder. Aber sonst hätten wir es ja nicht auf Platz 4. Ich finde es gar nicht verkehrt. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich habe es nie auf PC VR gespielt. Also ich kann es nicht vergleichen. Ich habe es immer auf Playstation gespielt. Klar, sieht es ein bisschen besser aus. Aber es macht Laune auf der Oculus Quest. Sicherlich, die deutsche Synchronstimme ist Kult. Muss man einfach so sagen. Viele sagen, ich spiele das nicht mit dieser Stimme. Ich glaube, wenn wir die Stimme nicht gehabt hätten, dann hätte das Ding ja nicht den Kultstatus, was es heute hätte. Ja, dann gibt es zwei DLCs. Einmal The Deadman. Das ist okay. Das geht so 45 Minuten. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. 2,49 meine ich. Und für 4,99 sind Dämpft. Den spiele ich gerade aktuell auf meinem Kanal. Habe ich heute hochgeladen, jetzt wo ich das Video gerade aufnehme. Das finde ich schon richtig cool. Das ist gut gemacht. Das ist auch ein guter deutscher Synchronsprecher. Das Ding hat viel mehr Style. Ich finde es nicht mehr so oft, nicht lächerlich, aber nicht so oft, ja, so lustig gemacht. Ist ein bisschen ernsterer Ton. Gefällt mir auf jeden Fall. Also Sunshine geht immer. Ist auch, wie gesagt, ein Kultspiel. Und ich glaube, die meisten kennen das aber auch. So, Platz 3. Ja, Platz 3, das hat mich jetzt sehr überrascht. Das ist Virtual Desktop. Virtual Desktop hat es wirklich geschafft, 93 Punkte einzuheimsen. Bei 1.490 Bewertungen ist es aber eigentlich auch egal. Also, weil Virtual Desktop zeigt den Trend. Der Trend geht Richtung kabellos. Und, ja, ich finde das auch toll. Ich würde auch gerne kabellos spielen. Nur ich bin so ein Typ, wenn es zwischendurch dann auf einmal hakt oder stuckelt oder huckelt, das kann ich nie haben. Das bin ich ganz ehrlich. Dann verfolge ich viele Streets, wo viele schreiben, ich habe Virtual Desktop, Stormland läuft nicht. Ja, und dann schreibt einer, Stormland geht auch nicht. Da muss sie linken. Und das sind dann so Sachen, die mich ein bisschen stören. Also, ich will die Brille aufsetzen, Spiel starten, läuft. Ja, und das ist eigentlich mit Virtual Desktop noch nicht der Fall. Ja, es läuft vieles. Es läuft vielleicht auch über 90% aller Spiele und vielleicht 85% sogar ruckelfrei super über WLAN. Und alles gut. Ich will das ja auch keinmalig reden, aber es läuft nicht 100%. Und es kann immer was passieren, das WLAN kann zusammenbrechen und so weiter und so fort. Und da habe ich einfach keine Lust drauf. Das ist einfach so. Meine Zeit ist auch knapp bemessen. Und wenn ich dann spiele, dann will ich auch in Ruhe spielen. Aber, wie wir sehen, der Trend geht definitiv Richtung kabellos. Und das ist auch richtig so. Und ich bin ja auch gespannt, was die Quest 2 dann kann in dieser Richtung. Vielleicht wird die nächste, vielleicht kommt noch eine neue Rift und die wird direkt kabellos. Oder wird die PlayStation 5 VR kabellos? Wir wissen es alle nicht, aber der Trend ist da. Ihr wollt es so und es ist ja auch richtig so. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann alles richtig gut zusammenfügt. Und das nicht mehr, ja, nicht Bastelei. Es ist ja keine Bastelei in dem Sinne, es ist ja schnell eingerichtet. Aber hier und da muss man halt noch ein bisschen Schrauben, ein bisschen drehen. Und dann ist es wieder ein bisschen Bastelei. Ihr versteht, wie ich das meine. Und deswegen nutze ich persönlich es noch nicht. Ja, auf Platz 2 jetzt wahrscheinlich, wenn die Leute es langsam vermuten, nämlich Superhot mit 186 Punkten. Ganz oft auf Platz 2 gewesen. Ja, mit 7400 Bewertungen, 25 Euro. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich habe es angespielt auf meinem Kanal. Es ist toll, es ist ein Klassiker. Also sowas geht auch wirklich nur in VR. Das Ding gibt es auch in Flat. Ich weiß nicht, wie man das Ding in den Flat spielen kann, ganz ehrlich. Das ist für mich ein reiner VR-Titel. Und das macht er echt gut, ja. Das ist ja mit diesen Zeitlupen- oder Matrix-Effekt praktisch. Wenn ich mich nicht bewege, bewegt sich die Zähne, in der ich stehe auch nicht. Sobald ich mich nur ein bisschen bewege, geht die Zähne weiter. Ich kann die Geschwindigkeit ein bisschen steuern, indem ich mich langsam bewege. Und dann muss ich halt die ganzen Schergen da wegschießen, umhauen und so weiter. Tolles Ding. Aber ich glaube, das kennen auch die meisten. So, jetzt natürlich Trommelwirbel, den Platz 1. Ich glaube, den muss ich nicht zeigen. Das könnt ihr euch denken, wer immer die Charts anführt. Ich mache es natürlich trotzdem. Es ist natürlich Beat Saber mit 227 Punkten. Ja, Beat Saber ist die VR-Nummer 1, wird auch lange noch, glaube ich, die VR-Nummer 1 bleiben. Also meiner Meinung nach, mit diesen ganzen Rhythmusspielen, also wenn einer versucht, Beat Saber zu kopieren, um da dran zu kommen, der wird scheitern. Also das wird nicht funktionieren, weil Beat Saber ist das Musikrhythmusspiel und das glaube ich nicht, dass das einer nochmal in demselben Genre toppen wird. Also es müsste was ganz Neues her, ein ganz anderes Genre, ein anderes Spielprinzip. Und damit müsste man dann aber auch Beat Saber-Leute ein bisschen mit abholen, dass die natürlich dann sagen, das spiele ich nicht mehr, ich kaufe mir das Neue. Aber es darf kein Musikrhythmusspiel sein, glaube ich nicht. Also das bringt es nicht, weil es zieht einfach alle Leute an. Viele Leute üben auch Beat Saber, die können gut Beat Saber. Das ist ein Hobby mittlerweile geworden zu Beat Saber. Es gibt Leute, die spielen nur Beat Saber, sonst nichts anderes. Also da muss was komplett Neues her, was auch so ein Sog hat und so eine Leichtigkeit wie Beat Saber. Weil Beat Saber, da brauche ich nicht viel lernen. Ich habe zwei Schwerter und Kloppwürfel kaputt, mehr muss ich nicht machen. Und so ein Spiel muss her mit so einem Sog. Ich weiß nicht, was es sein kann. Vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt es in den Kommentaren. Aber mit Musikrhythmusspielen holt man das Ding nicht mehr vom Thron. Bestimmt nicht. Ja, es hat 22.700 Bewertungen generiert. Also ganz unangenommen oben auf Platz 1. Es wird auch wahrscheinlich in der Jahrescharts 2020 auf Platz 1 bleiben. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Die Frage ist, ob es Hubbard runtergestoßen wird, ob es vielleicht auf 3 rutscht. Ja, das weiß ich nicht. Ja, das waren dann die Halbjahrescharts. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie lange ich hier schon sitze, wie lange das Ding ist. Ich werde jetzt, wie gesagt, nächstes Jahr, also in einem halben Jahr das Ganze nochmal machen. Und anschließend dann eine Top 10 machen für 2020. Also dann nicht alle Spiele, nur eine Top 10. Ich werde dann alle Spiele nochmal summieren. Das heißt dann natürlich auch hier, kennt Phantom Cover-Ups. Was natürlich jetzt so ein bisschen nach hinten gedrückt worden ist, weil das jetzt dieser Break war. Das Spiel nimmt natürlich alle Punkte nochmal mit, Leute. Und sollte es natürlich jetzt die nächsten 2-3 Wochen gut in den Charts sich platzieren, sammelt es Punkte. Und wird dann natürlich eventuell sogar in die Top 10 kommen für 2020. Also jedes Spiel wird jetzt hier nicht unterschlagen. Nur man muss ja irgendwo anfangen. Das mache ich jetzt. Gerne hätte ich es schon für letztes Jahr gemacht. Da habe ich es leider noch nicht getan. Und deswegen geht es erst ab jetzt. Ich werde das Format jetzt erstmal dann so beibehalten. Und ich werde mal schauen, wie eure Resonanz ist. Und eventuell dann nächstes Jahr im 3-Monats-Rhythmus. Aber das können wir dann sehen. Das ist ja noch fern in der Zukunft. Es muss erstmal Januar 2021 werden. Damit wir dann die zweite Folge machen können. Gut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Ich habe das Ganze ein bisschen zusammengestellt. So wie ihr die Charts, Charts Bilder jetzt gesehen habt, werde ich die übernehmen in meinen News & Talk Folgen. Ab nächsten Samstag. Das heißt, ihr bekommt 10 Bilder zu sehen. Die werden aber noch angepasst. Mit Platz nach oben, Platz nach unten. Ich werde reinschreiben, wo das Spiel in der Vorwoche war. Also wie viele Plätze es verloren hat oder gut gemacht hat. Natürlich die Bewertungen wieder addieren. Wie viele Bewertungen dazugekommen sind. Die Preise stehen da drin. Das wurde ja öfters gewünscht. Das ist dann jetzt auch drin. Weil in der Tabelle kann ich das alles nicht reinschauen. Das funktioniert nicht. Das wird zu viel. Die Tabelle werde ich natürlich weiterführen. Ich werde euch immer diese 10 Bilder zeigen. Und dann zum Schluss final die Tabelle. Gut. Ich hoffe, ich komme euch damit ein bisschen entgegen. Ihr hattet ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte. Schreibt mir irgendwelche Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Oder ob euch das überhaupt nicht interessiert. Dass ich mir das leicht sparen kann. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, es gibt genug Leute. Die haben Spaß an sowas. Und darum habe ich es gemacht. Dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, eure Favoriten waren dabei. Und dann lasst mir ein Däumchen da. Würde ich mich riesig freuen. Wenn auch kein Abo hat, darf natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Auch da würde ich mich freuen. Ansonsten kommt gerne auf meinen Discord, der stetig wächst. Oder auch in unsere Oculus Quest Facebook-Gruppe. Ist alles unter dem Video verlinkt. Findet ihr alles. Und würde ich mich freuen. Dann schönen Abend, schöne Woche. Ihr kennt das von mir. Bis zum nächsten Schatz-Video. In sechs Monaten. Euer Sascha. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.